yo leute was geht herzlich willkommen hier zu diesem neuen video auf ortogaming und letztes mal waren wir doch hier in der höhle und ich würde jetzt vorschlagen dass wir jetzt wieder nach oben gehen wenn ich den weg dann auch wieder finden würde ja hier und dann würde ich doch vorschlagen dass wir uns gleich eine eisenrüstung craften und ich hoffe ich schaffe auch voll iron aber ich glaube das soll ich schon schaffen dann ich habe jetzt auch noch gold gefunden lapis lazuli und redstone also eigentlich ganz cool das einzige was halt jetzt noch irgendwie fehlt mir sind halt die diamanten aber die wollen halt irgendwie noch nicht rauskommen die wollen sich noch nicht zeigen na dann warten wir noch ein bisschen hat sich hier schon etwas getan es grün geworden ja moin ich hab hier mal eisen rein ich würde mir dann gerne noch mal einen zweiten hofen bauen hofen und den platz sie recht auch hier hin ja voll schön aus ich habe mal ganz kurz was ich kraften kann mit gold er ist ja nicht für die ah ich kann mir nur bauen ja aber wenn wir es nicht aus und wir sagen nicht so viel mit dem blog ich kann mit dem blog braun ist ja lustig aber sonst weiß ich nicht was ich mir so mit gold kraften kann steht ich kann mir ein schild kraften ganz ehrlich das mache ich mir weil junge schild ist ja auch mal kugel schild aber ich will es jetzt immer 5-10 aber das schild kontinuier rechte hand jetzt kann ich mir auch schon das essen ich muss jetzt einen kurzen cut machen und ich warte einfach mal bis es hier fertig ist bis gleich da sind wir auch wieder zurück und 34 eisen und 6 gold ich glaube das sollte doch für full iron reichen erst mal der helm dann die chest blades dann die leggings und dann die schulner sind schon viel besser aus so dann würde ich mir dann auch noch mal hier die andere chest ich brauche jedenfalls ja sowas von vielleicht werde ich mein chest locker einfach mal hier hin ja eine chest kommt halt einfach hier hin das ist halt die oh wait what wir haben pumpkin melon seeds oh das habe ich gar nicht bemerkt aber das ist ja cool warte 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 oh ja nein wie wie äh so habe ich das gerade zerstört als ob okay ich dachte mal die droppen irgendwas wenn man sie zerstört naja irgendwie nicht gut jetzt haben wir halt bald pumpkins und melonen ähm jetzt habe ich elf eisen übrig was mache ich damit natürlich ich baue mir hier ein paar sticks auch wenn es irgendwie zu viele sind und dann baue ich mir hier nochmal ne ich habe auch wer ich Freunde nicht ne們 neoo keine hau und ne uhx und ne schaufel - so dann muss ich das ja erstmal alles Was, gib mir in den Bereich alles und ich tu das nirgendwo Und zwar alles nach unten, hier kommt meine Gedönskiste mit all diesen Gravel, Stein, Dirt und Granit, das kommt jetzt alles rein. Dann das ganze Gedöns hier auch mal, dann kommt hier so Ressourcen wie Eisen, Laubs Lazuli, Gunpowder, Sattel, Nametag und Gold. Hier kommt dann nochmal das Weed, Arrows, Golden Headnet kommt hier rein. Wobei ich möchte mir vielleicht sowas bauen, kann ich das schon bauen? Das ist so ein Ständer, weiß gar nicht wie das heißt. Warte, ich tue kurz alles wieder rein. Und... Ah, hier habe ich tatsächlich noch... Ja... Stein... Ja... Ja, okay. So, jetzt habe ich noch Rezepte. Wait, warte, ich will der Ressichtenstein aufkriegen. So, habe ich doch jetzt noch Rezepte freigeschaltet. Ich möchte mir einen Amor-Stand bauen. Wait, was ist das? Ah, Convert. Ähm... Aber irgendwie... Oh, lol. Okay. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, wo man das findet. Amor-Stand. Vielleicht brauche ich noch ein paar andere Sachen. Na ja, mal schauen. Ähm... Ja, es ist Nacht. Wobei... Ich kann einfach mal hier... Schatzsuchen gehen. Ja, Schatzsuchen... Ne, aber vielleicht ein paar andere Hunde finden. Vielleicht. Hm... So... Also... Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie so ein Schild funktioniert. Das ist auch das erste Mal hier, finde ich. Aber so ein Schild zu benutzen. Ähm... Wo sind die Knochen? In diesen Ecken noch? Hier. Und... Neue, weil wir hier... Ja, ich bin dran vorbeigelaufen. Hehe. Mein Hundi. So... Lass uns doch mal hier auf... Monsterjagd gehen. Ähm... Mit den Schildkröten... Was ich mit denen mache, weiß ich es nicht. Also ich glaube, die vermehren sich... Von selbst? Ne. Ja, eigentlich nicht. Ich glaube, man muss sie irgendwie füttern. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber ich glaube, irgendjemanden kann ich ja einfach mal so töten. Weil ich hätte schon gerne... Ähm... Ja, ich zeig's euch einfach jetzt. Ich möchte nämlich... Wait, 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 wo, 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 wo... Na, bleib hier. Ich will nicht, dass deine Drops, äh... Unter Wasser landen. Wait, what? Ich kann... Lol, hallo. Ja. Also ich verstehe auch nicht irgendwie, was da los ist. Hat er irgendwie keine Hitbox mehr, oder was? Ah, jetzt... Ah, jetzt... Ah... So, hier ist es mit Experience Points. Ich glaube, das sind jetzt auch alle Items. Ich habe... Ah, Secrets. Okay, ist jetzt nicht so special. Warte, lass mich erstmal hier nach oben. Und... Was habe ich denn noch mal hier unten? Ich dachte, ich will irgendwo so ein Schiffsrack oder so. Ne, wahrscheinlich... Anscheinend doch nicht. Okay... Hm... Na gut, dann gehe ich hier mal nach Monsters suchen. Kann ich hier welche suchen? Hier sind Schafe, cool. Jetzt mich ver... Ja. Alles klar. Kann ich komplett nachvollziehen. Nicht. Na, was ist denn das denn? So, stirbt doch jetzt endlich. Lama. 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 Wait, what? Okay, ähm... Ich habe jetzt gar nicht... Gewollt, den anzugreifen. Aber... Ich habe einfach mal gesehen. Also ich dachte als erstes, das wäre ein normaler Drowned. Der mich halt nicht irgendwie verletzen kann. Aber dann irgendwie doch. So, warte. Was habe ich jetzt bekommen? Ja, gar nichts oder was? Na ja, gut. Ähm... Ich weiß nämlich nicht, was die droppen. Deswegen... Warte ganz kurz. Ich wollte hier nämlich noch ein bisschen... Schafswolle einsammeln. Äh... Junge. Dass die einfach nicht treffe. Was ist denn da los? Das ist... Muss ich hier den Aim-Board aktivieren, oder was? Das gibt's doch nicht. So. Hier wieder ein weiteres Skelett. He he. He he. Not today. He he. He he. Ist ja eigentlich voll noobhaft. Du kannst einfach so... Lol. He he. Ja moin. Das war immer richtig noobhaft. Du machst einfach gar nichts und... musst ihn halt nur einmal hitten. Und schon machen das halt deine Hunde für dich. Wow. Da hab ich doch was gefunden. Und... Zwar... Unterwasser... Stadt... Maybe? Ne. Unterwasserruin. Äh... Ja gut. Lass mich kurz erstmal wieder Luft holen. Ähm... Da ist ne Spinne. Ja. Was sie doch vielleicht töten. Hier. No Hit. Flawless Kampf. So was war. So und dann war ich hier noch irgendwo im Ground. Genau da. Und der ist halt glaube ich ohne Speer, oder? Ja. Gut. Ach, come on. Ja. Gut. Ähm... Was ist das? Das ist ein normaler Zombie. Die ist ja lustig. Hey Fische! Äh... Fische! Äh... Fische! Hey, ich hab Fische. Ähm... Ihr Moin. Los, stirb! Hey. So. Äh... Ich würd hier einfach mal den Part beenden. Und... Im nächsten Part geht's dann halt nochmal weiter mit den ganzen Sachen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Weil ja, so gerne einen Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. PS, der Part war ein bisschen länger als gedacht. Hier für ein paar Prozent alle Bajeви spiel a Adeich. Die ist wahre weiterhin energetisch. Die ist nochayetern. Leider?